Von der Öffentlichkeit werden sie kaum wahrgenommen, die Kleinloks der Deutschen Bahn. Oft weit ab von Bahnhöfen fahren sie in Bergen oder in Rangierbahnhöfen. Streckeneinsätze gibt es in den 2020er Jahren kaum noch. Die Baureihenbezeichnung beginnt mit einer 3. Die Ziffer steht für Kleinloks. 335 161 rangiert im Werk Dessau eine 152. Drei verschiedene Baureihen sind ab Ende der 50er Jahre entstanden. 333 028 steht bei der S-Bahn in Hamburg in Diensten. 333 045 ist der fleißige Helfer bei der DB Systemtechnik in Minden. Zum Zeitpunkt dieser Szenen gehört 103 222 noch zum Mindener Bestand. 1959 kommen mit der Köpf 10 die ersten 30 kmh schnellen Kleinloks der Leistungssasse 3 zur Bundesbahn. In der Serie dann wird die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 45 erhöht und die Maschine als Köpf 11 bezeichnet. Im EDV-Nummernregister ab 1968 als Baureihe 332 eingeordnet. Bei der DB sind die letzten Anfang der 2000er Jahre gefahren. Von 317 gebauten Loks sind noch einige erhalten. Im Bayerischen Eisenbahnmuseum rangiert 332 157. Sie gehört zum Bestand der Bayernbahn. Gleich sieben Kleinlokomotiven sind hier zu Hause. 332 092 rollt im Museums-BW Nördlingen auf die Scheibe. Bereits 1995 wird die 1963 von Ohrenstein und Koppel gebaute Lok bei der DB ausgemustert. Nun schon seit 2004 steht sie in Diensten bei der Bayernbahn. Sie trägt wieder das alte Ursprungsdesign. Auch die Rheingoldzug-Betriebsgesellschaft in Diensten bei der DB ausgemustert. In Köln hat sich eine 332 zugelegt. Die Rheingoldzug-Betriebsgesellschaft in Diensten bei der DB ausgemustert. Die Rheingoldzug-Betriebs-Betriebs-Betriebs-Betriebs-Betriebs-Betriebs-Betriebs-Betriebs-Betriebs. Die Rheingoldzug-Betriebs bis zur Seite des He